Das Fazit der Denkfabrik des heutigen Tages ist, wir hatten einen spannenden Tag, wir hatten einen sehr debattenreichen Tag, einen sehr anstrengenden Tag auch. Wir haben viele Mitmacherinnen und Mitmacher heute hier im ehemaligen Bundestag gehabt, die tolle Anregungen eingebracht haben in unsere Partei, in unsere Debatte für die Zukunft. Nachhaltige Zeiten, soziale Zeiten waren unsere beiden großen Themenblöcke und wir haben diskutiert über die Grenzen des Wachstums, wachstumskritischer Diskurs wurde eingefordert, wir haben über Wirtschaftspolitik geredet, gerechte Gesellschaft, eine neue Genderpolitik, aber auch das Verhältnis von Kirche und Staat, also ein ganz bunter Strauß von Zukunftsthemen, die uns auch weiter beschäftigen wollen. Das heißt, der heutige Tag ist ein Einstieg in die Debatte und wir haben die Debatten heute selbstverständlich nicht beendet. Genau, also klar ist, dass irgendwie in fast allen Workshops unheimlich viele Ideen entwickelt wurden, wo wir auch als Landesvorstand in der Verantwortung jetzt sind, viel davon umzusetzen, aber eben auch die Partei. Also unsere Kreisverbände, unsere Landesarbeitsgemeinschaften werden davon einiges aufgreifen, zum Beispiel stärker den wirtschaftspolitischen Fokus im nächsten Jahr zu sehen, also Wirtschaftspolitik ins Zentrum zu rücken, ein Geschlechterkongress zu organisieren, vielleicht eine Neugründung einer Landesarbeitsgemeinschaft, Verhältnis von Staat und Religion, also ganz, ganz viele sehr konkrete Ideen, die die Partei aufgreifen wird. Und da kommt eine Menge Arbeit auf uns zu, aber wir nehmen sozusagen den Schwung von heute mit, weil einfach unheimlich viel auch an guten Impulsen kam. Und ich glaube, was deutlich geworden ist, dass die Grünen sind nicht nur die Partei der Ökologie, sondern auch die Partei der Transparenz und die Partei der sozialen Gerechtigkeit. Und alles geht nur miteinander und das ist ein sehr ermutigendes Fazit des heutigen Tages. Und ich glaube, es ist ein sehr, 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 sehr. Vielen Dank. Vielen Dank.